Ja, du erkennst hier die Ausgangsseite, womit ich starte, nach einer Information zu suchen und heute habe ich noch zusätzlich Geburtstag 39 und ich zeige dir hier, du kannst dich nach Trends erkundigen oder etwas wie anders gebe ich hier den Link ein, den ich da bereits in der Zwischenspeicher gespeichert habe, um die Seite hier so anzeigen zu können. Du kannst dir gerne da informieren über die Seite, da gibt es spannende Informationen drauf und dann einfach auf Sign Up, weil ihr bemögt es pro Stunde durch die Nutzung 0,06 BMW zu erhalten zu können, zu verdienen und die Voraussetzung dafür ist eine Registrierung. Hier sind die entsprechenden Eingabefelder, die da befüllt werden müssten, um das nutzen zu können. Ihr geht so in mein Ihr. In meiner Mail habe ich das separat angelegt, um als Entwurf und so habe ich alle bisher jährigen, die die ähnliche Funktion bieten, aufgeführt. Jetzt benötige ich einfach die E-Mail-Adresse, um dir das zeigen zu können. Ja, es beginnt mit der Username. Da gebe ich einfach die Adresse ein und entsprechend passe ich das Ganze an. Dann folgt die E-Mail-Adresse an sich selbst. Das kann ich einfach so einfügen. Es ist ein Passwort und ein zweites Passwort. So, das ist der Leading. Natürlich etwas Geheimnisvolles und hier Refall optional und dann einfach ich bin kein Roboter. Die entsprechende Bild, die hier anwählen, die es da anzeigt, bestätigen und sobald etwas getan ist, dann auf Sign Up. Und jetzt kommt hier die Mitteilung Please use Gmail, das heißt ohne geht es nicht. Interessant. Ich habe diese Angaben geändert, da eine Gmail-Adresse fort ist, dann nochmal sich kein Roboter. Dann diese Angaben hier bestätigen, so dass so die Häkchen gesetzt wird und dann auf Sign Up. Und Sign Up sagt, sorry. Und ja, ich spreche das Ganze, dass ich das im Zwischenspeicher habe. So sieht die Oberfläche aus. Und habe hier für die Registrierung werde ich da bedankt und ich muss da auch bestätigen und erhalte dann 10 Freyspins. Das ist dann hier zu sehen. Zurzeit ist hier keine Zahl in der Klammer zu sehen. Und das werde ich da gleich tun, um das nutzen zu können. Und hier habe ich dann die Daten, die hier zugrunde liegt. Und natürlich die stündliche Aktivierung ist hier zu sehen. Ein Bild, was da gefragt ist. Bestätigen. Und dann auf Claim. Und jetzt habe ich das Erfolg erhalten für die nächsten Stunde oder 60 Minuten. Und oben steht auch diese Stone Level bis 75, die hinter der Zahl einfach. Okay. Gut. Das war es bereits, um das hier zu nutzen zu können. Jetzt aktiviere ich das Ganze noch. Das heißt, ich brauche hier auf Very zu gehen. Und jetzt bekomme ich die Mail, die ich da prüfen muss. Das ist hier nun die Very You E-Mail. Und es geht hierbei für diese bnbp.eu.top-Seite, die ihr meinen Benutzernamen angegeben haben. Wir are excited. Wir freuen Sie, Sie da an Bord zu haben bei dieser Webseite. Und bevor Sie richtig starten können, Ihr Konto zu nutzen, brauchen Sie noch die E-Mail-Adresse zu verifizieren, dass sie wirklich von Ihnen stammt. Und dann einfach hier Very You Mail anklicken. Die Webseite wird geladen. Die Technik in dem Endgrund verarbeitet wird. Und jetzt kann ich dann noch einloggen. Hier die Daten eingeben, die es braucht. Und das Passwort. Okay. Das ist erledigt. Dann auf Login und Login Successfully, so wie es sein sollte. Und jetzt habe ich hier die Oberfläche. Genau. Und kann das hier so nutzen, um da maximal zu profitieren. So, das hat jetzt technisch auch funktioniert. Ich habe hier diese Bonus erhalten, wie die erkennbar ist. Hier Bonus. Zehn Stück an der Zahl. Für 24 Stunden nur gemerkt. Und so kann ich hier drauf gehen. Und der Bonus wird hier hinzugefügt. Und das ist natürlich sehr schön, das so nutzen zu können. Also fortlaufend hier davon zu profitieren. Und das ist jetzt erledigt. Und ja, genau. Natürlich habe ich da zu viel geklickt. Das bringt die Gesamtmenge 0,00001575 erhalten. Das ist jetzt bei mir so, dass der Bonus ist sehr individuell. Vielleicht hast du ja mehr Glück, um das zu nutzen zu können. Um das für dich optimal zu nutzen, gibt es da den Affiliate Bereich. Hier die Daten, die hier sichtbar ist, Kommission, Share, sind ausgeführt. Einfach diese Adresse unter diesem Video nehmen. Und dann kannst du bereits damit starten. Und ja, selbst erfahrungsam in diesem Bereich. Viel Spaß und Freude dabei. Genieße jetzt meinen Geburtstag. Und das ist schon mal ein interessantes Geschenk, was ich da kennengelernt habe, um diese Methode zu nutzen zu können. Einfach jeweils hier die Übersicht. Damit wichtig ist, dass da Games gespielt wird. Um da dann auch noch zusätzlich in den Levels steigen zu können. Das ist ja die Voraussetzung dafür. Um da dann in absehbarer Zeit auch die Möglichkeit zu haben, ins nächste höhere Level zu steigen. Umfragen helfen. Aber natürlich, das ist die im Sport, die Goldmetalle zu erreichen. Dann Platium, Diamond und bei einem Studium letztendlich Master. Ja, viel Spaß und Freude damit.